herzlich willkommen zu einer neuen folge king of retail bei uns am sehr sehr schönem store und zwar gaming hat auf jeden fall wir müssen nicht sehr viel bestellen weil wir haben einfach ganz ganz viel im lager ist sonnerstag das heißt morgen ist freitag dann bin ich so lange offen und der karl muss morgen er will links neuen mitarbeiter die heutige folge wird nicht so lang auch hier haben wir noch zeit weil das computer dinge heute haben wir auf jeden fall noch zeit heute haben wir auf jeden fall noch heute wirklich folge nicht so lang sein wie die letzte weil die letzte war ein bisschen länger also ich habe ja heute nichts bestellt stimmt letztens war übrigens auch so ein ein mensch der mir hier alles gestohlen hat hat mir halt wirklich gestohlen artikel hinzufügen und dahinten vor die gehen hier wirklich müssten wir vielleicht auch mal neue bestellen merke ich mir kann kein monitor ok für die vr-brillen möchte ich heute gerne noch so neuen dings machen dafür habe ich mir schon gedacht nehmen wir am besten hier das da weil das sieht irgendwie finde ich so aus das ist für vr-brillen offen fürs geschäft hier genau ich verstehe auch immer nicht was es heißen soll elektronik monitor und hier die neueste technik ich hab das nicht verkehrt platziert und jetzt müssen wir dass der den genau hier jetzt passt und dann werden wir hier gleich ich habe übrigens das verkaufen gelernt der letzten folge das ist neu interessant erzählen sie mir wer der freude ist wichtig und begeisterung bitte so hat sie sich danke von denen müssen wir wieder bestellen was hat sie gekauft kann ich ja ich die mäuse nachfüllen ja geht sogar perfekt was haben wir eigentlich noch so im lager vielleicht für so laptops mache ich aber bei das könnte ich gleich machen computer hatten wir von denen bestelle ich hier noch vier stück von denen zwei stellung aufgeben und hier das wird sich jetzt aber wahrscheinlich nicht ausgehen computer computer das geht sich mit dem geld hat auch noch grad so aus design und dann ändern wir hier mal einfach die farbe will ich eigentlich auch hier weil das sieht dann ein bisschen sauberer aus wenn man das so macht ja auch sauberer gleich eigentlich leuten wir wen jetzt dann bald für wie stocking irgendwie finde ich aber auch schon schön wie wir unseren store aufgebaut haben hallo ein sehr schöner store aber geht somit schön aber er hat was aber ganz schön aber ich möchte gerne die auslage von den handys möchte ich gerne ändern was macht er da eigentlich soja und jetzt artikel zum ausdingsende hinzufügen hier die weil das jetzt mal und dann solche computer von denen wir sehr viele haben okay ja von hinten sieht es nicht so schön aus aber egal nehmen wir hier auch dieses blau ach so und vr-brillen die haben wir auch neu dann nehmen wir das hier auch gleich mal weg gleich löschen und dafür nehmen wir hier einen neuen bereich elektronik monitore warte ist vielleicht beim monitor dabei ja wahrscheinlich extra kategorie dafür zu machen lohnt sich nicht also wie sieht das aus sieht jetzt nicht mal so spektakulär aus ja finde ich nicht gleich sehr spektakulär können wir das mal weiß machen dann sieht es vielleicht mit dem blauen ganz gut aus ja so schön habe ich irgendwie mit dem interagieren was verkaufst du ich warum wir sind schon beim du wir haben einen großen das könnte ich dringend gebrauchen ja ja da ist ja mehr als zufrieden oder ja ich komm schon ab ich bin jetzt einfach nicht zufrieden hier vielleicht ich gehe zu dir was können sie mir über das also zufrieden als zufrieden als sind sie alle noch nicht so ich bin voll idiot 530 euro da habe ich jetzt nichts ich könnte hier an der richtung hier hin das hier vielleicht weiß ja auf jeden fall hier und jetzt hier noch bedürfnis wobei das kommt eh immer von der freude an oder bitte vielleicht hätte ich auf so ist schön ja ja wenn die das jetzt kauft dann ist es wirklich interessant erzählen sie mir mehr produkt begeistert und später erstelle ich einfach mal und im moment sehr beliebt das weiß ich nicht aber egal produkt begeisterung thank you ja aber ich glaube die produkt begeisterung ist nicht so hoch ja sie nimmt es auch dass wir jetzt sicher gut geld bringen nehmt die jetzt noch einen egal ob es sie zahlt wie viel kostet insgesamt es ist ja 762 wow danke hier schauen wir noch schnell was wir so im data haben ok ich nehme noch einmal diese led dinge möchten die ins konto gehen ja möchte ich jetzt haben wir schon wieder auf jeden fall die nehmen wir nochmal hier diese schwarzen ja artikel ja so und hier den da aber da haben wir ja 40 prozent ja genau genau schon gut und dann nehmen wir hier noch ich möchte hier noch ein paar monitoren die haben wir ja nicht mehr aber handy haben wir halt auch nicht davon nehme ich zwei dann hier noch handy telefone ja nämlich hier mal neue ins sortiment wobei sie sehen alle so zukunftsmäßig aus das mache ich irgendwie nicht so sehe nicht so realistisch aus nehmen wir das davon nehme ich fünfmal ne ich nehme doch nicht diese ich nehme einfach mal kurz die dort sieht das jetzt das das äh dafür nehmen wir hier die hier davon ah das geht sich genau um heute nicht aus Stellung aufgeben genau ja also dann schauen wir ob wir jetzt für restocking hier noch einen nehmen können nehmen wir das so da okay Bewerbung anfangen order deal ne 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 bezahlsystem okay ein kleines baumarkt ein eigenes kleines baumarkt ne 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 an ein und hier nicht immer hier 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 dział hier 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 und sicherheitsdings die bums daneben und pausen hat der hausen aufgaben verwalten ok das ist groß das gibt sogar schon schauen ob wir da nicht einmal nehmen morgen bin ich allein hier hat der hat die kurze zeit am samstag machen wir es noch schnell durch kann aber nicht sein dass die folge wieder ein bisschen länger wird sieben uhr spinnen wir schon am samstag auf er hat es aber nicht so blöd die zu bestellen jetzt wieder hier auch erbrillen darf ich auf jeden fall und ja lager ja heute ist nicht glaub ich so viel auf jeden fall alles hier perfekt hallo björn du bist kassier heute kassier bist du offen fürs geschäft so ok wir haben wir zwei monitore und von dem weil hier auch wieder viel und was hatten wir noch dieses tablet ok elektronik computer zubehör ja hier handy telefone habe ich natürlich nichts die hier auf füllen hier gleich alles also wenn man jetzt aber dann so rein kommt hallo sieht es schon ganz cool aus was haben wir also wir haben sehr viele von diesen leds dinge deswegen nehmen wir jetzt hier elektronik computer was ich das hier wirklich 1 2 darüber schieben elektronik computer das hier und das hier kassier und hier werden natürlich immer schön hatte farben auswählen mit das alles auch ein bisschen besser aussieht die elektronik computer wieviel kosten ja wir machen aber schon geld da braucht hier keiner hilfe oder so ja perfekt ich muss schauen wieviel die kosten ich habe gleich mal auf 400 hochsetzen ja sicherlich muss erkannt ja hier die sind sogar momentan im weh ja das sieht vielversprechend aus mal hier kundenbedürfnis ja ich weiß ja ich weiß ja ich meine aber ich also dies ist vor allem jetzt gleich mal bestellen Elektronik und hier und so. Hier. Elektronik und Monitore. Äh, ja. Nehme ich hier gleich mal drei. Ne, dann nehme ich halt vier. Da aufgeben und von diesem Computer hier, den ganz ganz oben. Wow. Ne, das ist jetzt nicht so. So, also bald ist Feierabend heute. Hallo, ja. Ja, ich hab hier Mobilgedäte gebrauchen. Ja, ja. Eigentlich brauche ich hier hinten, muss ich hier nur die Freude steigern. Bitte, aber wir spenden jetzt. Ja, ne, den lock ich jetzt auch nicht hier noch rein. Kannst du hier, da hinten ist der Mobilgedäte, das braucht. Danke. Ja. Laden spät jetzt gleich zu. Genau. Jetzt ist zu. Feierabend. Okay, das muss ich mir merken. Ja. So. Ja, ich möchte ins Petro gehen. Tschüss, Björn. Geld habe ich wie immer Null. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei King of Retail. Ja. Da gibt's nichts zu sagen. Tschüss. Ja. Ich hoffe, es war's mit der anderen Seite. Ach. Ich möchte sansen. Es geht so.